Musik 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 Mein Name ist Peter Kunz. Ich bin Architekt. Seit 1991 habe ich in Winterthur mein Architekturbüro. Seit 10 Jahren bin ich Partner bei Strouten Architekten und wir schauen zusammen heute Skyframe den Headquarter an. Die Hauptsitz von Skyframe ist in Frauenfeld, wie im Industriegebiet, direkt an der Autobahn gelegen, die nach Zürich führt. Das Briefing war, dass sie ein Gebäude wollen, das ein Massanzug für sie selbst ist. Was für Skyframe zentral war, war der Mitarbeiter. Der Mitarbeiter stand im Mittelpunkt aller Überlegungen. Das hat auch sehr mit dieser Firmenphilosophie zu tun. Es ist nicht eine besondere Abteilung, die bevorzugt wird, sondern es waren eigentlich alle auf dem gleichen Level anzuschauen. Das heisst, alle mussten ein gutes Tageslicht haben, alle mussten weitgehend optimierte Arbeitsplatzbedingungen haben, die immer wieder flexibel neu arrangiert werden können. Und ich glaube, das zeichnet das Gebäude aus. Was ich hauptsächlich finde, der Unterschied ist gross und wir sind dadurch alle zusammen. Im alten Standort waren wir überall etwas verteilt und jetzt sind wir ein Team und alles zusammen. Das Gebäude ist gliedert, dass ebenerdig die Anlieferung und die Lackiererei ist. In der Mitte des Gebäudes, im ersten Stock, ist dann die eigentliche Produktion. Und im zweiten Obergeschoss, wo wir uns jetzt befinden, ist das ganze Engineering, Verkauf, Marketing, Abteilung. Dort ist natürlich auch der Hauptzugang, wo wir dann über das turmartige Treppenhaus auf die drei verschiedenen Etagen kommen. Die Gebäudetiefe wird vorgegeben durch den Rechteinfall, den Tageslichtan-Einfall und den Ausbrick. Die Länge ergibt sich durch die Parzellengrösse. Und so haben wir das Produktionsrechteck, das wir gefasst haben mit zwei Erschliessungstürme. Das eine ist der Warenfluss, der im Hochregallager ist. Und das andere ist der Personenfluss, wie das Gebäude erschlossen wird. Für die Besucher haben wir eine Art Catwalk installiert, wo man einen Überblick hat über die ganze Produktionsprozesse. Die ganze Struktur ist ein Verbundbeton-Bau. Das heisst, das ist eine Stahlkonstruktion, wo ein Stahlblech auf den Träger gelegt wird und nachher überbetoniert wird. Das gibt uns die grösste Möglichkeit, grosse Spannmeitungen zu überspannen. Es gibt einige tolle Gestaltungselemente hier an der Architektur, die meinen Alltag positiv beeinflussen. Einerseits sind es die raumhohen Glasfronten, die sehr viel Tageslicht reinlassen und tolle Ein- und Ausblicke ergeben. Und obwohl wir uns eigentlich den ganzen Tag in einem geschlossenen Raum befinden, habe ich nicht unbedingt das Gefühl, eingeschlossen zu sein. Was passiert mit dem komplett verglasten Gebäude auf der Südseite? Man muss es beschatten. Und dann haben wir eigentlich die unschöne Situation, dass man immer Lamellen stören vor den Gebäuden hat. Mit der Brise au Lei haben wir eine ganz andere Möglichkeit. Es ist eine Beschattung, die aber eine emotionale Komponente hat, dank der grünen Pflanze, die drauf sind. Es ist ein vertikaler Garten, der uns die Jahreszeiten zeigt. Der zentrale Raum oder das Zentrum des Gebäudes ist eigentlich der Innenhof, der begrünt ist. Eine grüne Lunge mitten im Industriegebiet, die einem auch vergessen lässt, dass man überhaupt im Industriegebiet ist. Man fühlt sich wahrscheinlich wie im Gartenpaviant. Skyframe als Produkt ist sehr hochwertig. Und es gibt die Möglichkeit, das Produkt von Skyframe einzusetzen. Rund um den Innenhof haben wir Besprechungszimmer angeordnet, wo man interaktiv das Produkt betätigen, anlangen und mit dem leben kann. Und das war, glaube ich, ganz wichtig bei diesem Projektgedanken, dass der Mitarbeiter gleich wie der Besucher in Kontakt kommt mit dem Produkt und er fertigt. Architektur beeinflusst unser Wohlbefinden. Ich glaube, gerade bei einem Arbeitsplatz, wenn man einen schönen Arbeitsplatz hat, ist das inspirierend, ist das motivierend. Wenn es so eine Umgebung ist wie Skyframe, dann ist es auch teambildend. Ich glaube, Architektur kann sehr viel leisten. Bis zum nächsten Mal.